Hallo Tuning-Freunde und Foliatek-Fans! In unserem heutigen Video-Tutorial geht es um das Thema Car Design Sticker. Wir bei Foliatek haben für euch verschiedene Designs im Programm. Wie ihr sehen könnt, auf der Box sind schon ein paar Beispiele, Sterne, Rennstreifen, also alles, was das Tunerherz begehrt. Die Car Design Sticker gibt es dann auch in verschiedenen Farbausführungen. Wir haben uns heute für ein neues Design entschieden und zwar unser Hexagon Car Design Sticker. Ein bisschen Bienenwabenoptik ist momentan ziemlich angesagt. Alle Car Design Sticker gibt es in sechs verschiedenen Farben. Also wir haben Standard natürlich schwarz-matt, weiß-matt und dann in richtig vier angesagten Chromfarben. Wie gesagt, heute das Thema Hexagon. Wir haben uns natürlich Foliatek für unseren RS3 in der Farbe Orange-Chrom entschieden. Das ist so ein Orange-Matt-Chrom-Ton. Ihr seht dann gleich im Tutorial-Video, wie das Ganze wirkt. Die Car Design Sticker selber sind aus hochwertigem PVC, aus einer Wrapping-Folie mit Luftkanalkleber. Das heißt, ihr habt dann auch keine Probleme bei einer blasenfreien Verklebung. Was noch dabei ist, ist so ein kleines schickes Rakel. Dank der Luftkanäle im Kleber braucht ihr die Folie auch nicht nass verkleben. Wie das Ganze jetzt genau funktioniert, seht ihr jetzt gleich im Detail. Vielleicht ein kleiner Hinweis noch, fahrt vorher mit eurem Auto einmal durch die Waschanlage, damit sich auch kein Staub oder Sand irgendwie am Auto befindet, der sich dann in die Klebefläche reinarbeitet. Sieht nicht schön aus. Wir haben uns jetzt für die Position entschieden. Ihr müsst das Ganze natürlich jetzt nicht genau an die Stelle rankleben. Unsere Car Design Sticker sind so geschnitten, dass ihr die wirklich universell überall am Fahrzeug anbringen könnt. Lasst da eurer Kreativität auch ein bisschen freien Lauf. Fixiert euch, wenn ihr die Position einmal grob habt, den Sticker am Auto. Tretet mal ein paar Meter zurück, schaut es euch von der Weite aus an. Gefällt euch das Ganze, geht es dann in den nächsten Schritt und zwar messt den Sticker ordentlich aus. Wir haben uns dafür entschieden, das Ganze unten an der Schwellerlinie laufen zu lassen und werden den Sticker hier hinten am Radlauf dann einfach abkanten. Also ich richte mich jetzt wie schon gesagt nach der unteren Schwellerkante. Das heißt, ich setze den Meter einmal hier drauf. Wenn ihr das Ganze jetzt ausgemessen habt und die Position von eurem Car Design Sticker gefunden habt, dann ist es anzuraten, euch so ein paar kleine Marker zu setzen, weil dann wisst ihr später auch, wenn ihr das Trägerpapier abzieht, wo dann genau ihr euch wieder orientieren müsst. Und deswegen gehen wir jetzt einfach an die Kanten ran. Einfach nur so ein bisschen als Orientierungshilfe. Weil es ja jetzt doch ein relativ langer Sticker ist, gehen wir her und machen uns hier in der Mitte eine Fixierung rein mittels dem Tape. Klappen das Ganze jetzt von der einen Seite auf, schneiden die Trägerpolie ab und dann können wir das Ganze schön rumklappen und genau so gehen wir dann im Prinzip auf der anderen Seite dann auch vor. Wenn ihr jetzt den Car Design Sticker befestigt, dann nimmt am besten gleich das kleine Rakel und streicht euch den Car Design Sticker hier direkt von der Kante an die Fahrzeugkarosserie ran. Achtet da natürlich drauf, die liegt jetzt nicht plan, dass ihr Falten und Knicke da am besten vermeidet. So, jetzt haben wir es schon mal fixiert und jetzt könnt ihr den Car Design Sticker anrakeln. Und jetzt ist die andere Seite dran. Genau das gleiche Spiel hier wieder. Können wir jetzt hier auch wieder aufklappen. Dann können wir die Trägerfolie von der anderen Seite abziehen. Jetzt haben wir den Car Design Sticker im Prinzip angebracht. Wir machen jetzt mal die Fixierung hier ab und dann wichtig ist, wenn ihr die Transferfolie, das Transferpapier abzieht, zieht in einem relativ spitzen Winkel die Folie runter. So, die Transferfolie, das Transferpapier haben wir jetzt entfernt. Der Car Design Sticker liegt schon mal Bombe. Jetzt sieht man natürlich noch an so ein paar Stellen, wie jetzt gerade hier, wenn manche Segmente oder der Sticker selber nicht komplett aufliegt auf der Karosse, ihr könnt den auch problemlos dann mit dem Finger ein bisschen nachdrücken. Ja, seht ihr? Und streicht im Prinzip ein bisschen das dann die Luft zur Seite einfach raus. Alles kein Thema nicht. Ja, wie gesagt, Luftkanalfolien. Das heißt da, wenn ihr irgendwo einen Lufteinschluss habt, der lässt sich ganz einfach rausdrücken dann. So, der Car Design Sticker ist jetzt dran. Vielleicht nochmal jetzt hier im Detail. Ihr schneidet einfach nur vorsichtig mit dem Messer die einzelnen Teile in der Mitte des Spalts durch. Dann könnt ihr die Folie auf beide Seiten umschlagen ordentlich. Arbeitet, wenn nötig, ein bisschen mit einem Haftönen. Dann wird die Folie weicher und lässt sich besser umschlagen. Und guckt dann einfach nochmal, wenn ihr fertig seid, dass wirklich auch alle Segmente ordentlich kleben. Okay, die andere Seite haben wir jetzt auch fertig beklebt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr findet das Design gut. Mir gefällt es richtig Bombe. Ich muss sagen, das Orange ist eine geile Farbe. Passt richtig gut zum Schwarz. Für diejenigen, denen das jetzt schon hier aufgefallen ist, das ist unser RS3-Schaufahrzeug. Deswegen steht da natürlich foliatek.com. Wenn ihr den Sticker bei uns bestellt im Shop, keine Sorge, da ist das foliatek.com wegs und der Sticker ist durchgehend in den Hexagon Designs.